Wirklich nicht? Nein, du wirst Mrs. Cole Turner. Genauso sieht die typische Ehe aus. Andere Vorbilder hatte ich nicht. Woher denn auch? Er konnte machen, was er wollte. Er hat Leute getroffen, er hatte seine Arbeit und hat Karriere gemacht und sie war nur zu Hause. Sie hat das Essen gekocht und die Wäsche gewaschen. Und über Nacht wurde aus Samantha die liebe Mrs. Darren Stevens. Verstehst du? Hör zu. Wir fangen nochmal ganz neu, ganz von vorne an.